Schlendern im Schlossgarten, Staunen bei der Kamuna, die Stimmung bei das Fest genießen. Welche Erfahrungen sie mit Karlsruhe machen, wird ihr Bild von dieser Stadt prägen. Hier sind die Forscher, die Gestalter und die Ingenieure der Zukunft zu Hause. Aber auch die Konstrukteure der Zukunft. Kinder, denn die gestalten die Welt von morgen. Die Erfahrungen, die sie machen, werden sie prägen. Und damit das Bild der Zukunft. Deshalb sind kompetente Erzieherinnen und Erzieher so wichtig. Sie ermöglichen Erfahrungen, sie schenken Erlebnisse. Sie sind echte Vorbilder in der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern. Karlsruhe sucht und braucht Menschen wie sie. Persönlichkeiten, die Zukunft prägen. Das ist uns so wichtig, dass wir in Karlsruhe samt unseren vielfältigen Trägern dafür jährlich über 60 Millionen Euro ausgeben. Um ihnen gute Rahmenbedingungen zu geben, am Arbeitsplatz und in der Aus- und Weiterbildung. Bewerben Sie sich und machen Sie hier gute Erfahrungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017